Yo, servus miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge In The White Room. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über das ÖRV-Projekt, was wir gemacht haben und zwar Tactical Medicine. Wie ihr vielleicht schon bei den Storyboards gesehen habt oder in den Videos selber gesehen habt, haben wir gewisse Analogien eingebaut. Sprich, wir haben bei gewissen Stellen lustige Shots eingebaut, die sofort im Gehirn so ein bisschen einen Anker setzen sollten. Für uns war wichtig, dass wir ein Studio finden, wo wir den Hintergrund schnell austauschen können und wo wir auch viele Möglichkeiten haben im Hintergrund. Es waren auf jeden Fall zwar extrem lustige Drehtage, also man muss sich das so vorstellen, wir haben das echt gut durchgedaktet. Also die Planung war echt perfekt. Die Steffi hat dort geschaut, dass das ganze Zeug da ist, der Jakob hat dort Kamera und Set-Design und Produktion gemacht. Ich habe mich komplett auf die Regie konzentrieren können und somit ist eben der Spaß nicht zu kurz gekommen. Wir drehen bald den ÖV, hurra! Hurra! Und die Wikinger sind auch alle da! Also, wir machen einfach. Markus, wie schaut das da hinten aus? Ah, Zähne! Eher noch, Israeli Bondage! Hm? Markus, wie schaut das da hinten aus? Ah, Zähne! Eher noch, Israeli Bondage! Hm? Ah! makes Rey. Ich habe uns mit mir schöne Nacht ab.